Far Cry 5, wir sind jetzt hier beim Außenposten. Mit dabei ist natürlich der Ending. Hallo. Und zwei sind nicht zu viele, könnte man vielleicht... Nein, das sind nicht zwei, wir sind hinten, glaube ich, und das gibt vorne. Ah. Soll ich aber mal einen erledigt? Auch aufpassen. Ja, lautlos. Habe ich den erledigt. Warte, wo ist der Dachweg? Gefährlich. Warum? Ich bin ein Sniper. Warte, es gagselt einer rauf, es gagselt einer rauf. Ich bin unter dir. Ach so, unter mir. Oha. Genau deswegen. Macht den Spaß. Ja, das ist, weil wir nicht, dass wir das wieder taktisch angelegt haben. Wir sind gleich wieder ran. Nächstes Mal müssen wir das wirklich vielleicht machen. Aber wenn wir fliegen, sind wir ja nicht wir schuld. Oh ja. Dann hätten wir zuerst alles erkundet, dann hätten wir uns drinnen verstecken können. Und das ist ja, ich habe auch den Flieger gesehen und bin jetzt drinnen. Ich verkiere den Gegner. Bist du, ich bin da unten, unter dem Zug. Das ist der Slyrand. Taukt mir. Es kommt für Starker aus dem Osten. Ich bin noch immer nicht entdeckt worden. Aber du markierst mir keine Gegner, dass ich schießen kann. Warte. Hat er. Oh. Schieß, schieß, schieß. Wer kommt? Jetzt markiere ich einen Gegner und was macht er? Er schießt nicht. Ich kann nicht schießen, du musst schon einen markieren, den ich sehe. Ich bin unter der Anlänge. Ist der Bär noch draußen? Dann hole ich mir ihn selber. Was? Bär? Wo ist der Bär? Den habe ich extra geholt. Er ist schon tot. Habe ihn schon. Was ist der Bär? Will cut this one? Oh shit. Was ist der Bär? In dein Gesicht! Du sollst nicht den Tiger anlocken. Oh Kuh, was war das? Oder was war das? Ich glaube, wir sind Raketenwerfen. Irgendwo hier. Ja. Boah. Oder was? Wo? Wo? Ich war gar nicht in der Nähe, Alter. Von dort aus, wo ich gestorben bin, links hinten. Er ist gerade runter gehüpft. Aber ich war urweit weg, Alter. Was ist das? Du hast eine Sonnenbrille. Kauft. Kauft. Der hat auch einen. Der hat auch einen. Der hat auch einen. Wer weiß vor. Man, knees auft right. Hat man so gezogen. Ralf. 12er kimberleid das ist das ist das das ist ein silo jetzt sollen sie nur entdeckt das habe ich gemeint das kann man das ist jetzt das wieviel das silo ist dann machen wir dann gleich voll tanken wenn wir dann in der nähe sind 500 meter ich bin mit meiner waffe nicht ganz zufrieden muss ich sagen aber das mache ich eben nicht kann man nicht viel leisten sonst bei mitschall einfach so aber wo sind die lmks und so hat er die lmg wird mich reizen die zieht sich hier hoch ein auto möchte ich auch mehr haben ja das ist eben dass man da kannst nicht viel kaufen will sonst fällt ihnen die kohle auch ich würde auch gerne immer dann ein ding kaufen so sprengstoff oder so dann später oder immer körperpanzer und rüstung aber das kostet ja alles körperpanzern kostet 200 mal aber 200 musst du jedes mal ausgeben wenn du dann bist du mal ja gut ich tue mal mein outfit ändern ist das jetzt hauptmission oder silo hauptmission ne nebenfest ja das sind 500 meter halt silo ist rechts von uns 1000 meter ja die statue siehst du die statue dort oben die ist cool am berg ahja die ist aber schon im anderen land glaube ich ja ja glaube ich auch warte ich schau mal auf der karte ja die ist auf diesem anderen land wie katze zwei eine wo ist die katze möchte laufen ja warte ich nehme die verfolgung auf ja da unten ist jetzt ja jetzt ist tot wo ist die wo ist die wildkatze da unten sehr schön ist über dem fluss glaube ich aber siehst du wie viele Tiere es gibt wenn man nur so durch geht ja so stimmt aber müssen wir rüberschwimmen da ist die forelle schwer hey kollege mal schauen ob er zwischendurch was fangen also so wo ist die wo ist die ich hatte was und du musst einfach einziehen jetzt habe ich was schild ich hatte was nicht so leicht oder anversuch mal noch jetzt nekau schon fishy 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 ja nein abgerissen oder Nein, super, jetzt schwimmen wir da doch bei meinem Fischfang. Reicht, dass ich anbeißen kann? Da tut sich nichts. Aber da tut sich jetzt überhaupt nichts. Du musst sie mal anziehen, das machst du, oder? Ja, ich weiß aber, das beißt er nichts an. Oh, jetzt. Ja, Stierforelle. Oh, jetzt ist er unmöglich. Ich habe eine Stierforelle gefangen. Ah, nur einziehen, klappt aber nicht. Ja, wenn du einziehst, beißt er an, dann lockt es dir an. Da siehst du, wie sie dagegen schwimmen. Ja, aber wenn er anbischt und ich ziehe ein, dann verliere ich ihn wieder. Ja, da musst du anschlagen einmal. Wie meinst du anschlagen? Ja, du kannst dir anschlagen, wenn du was anbaust. Ach so. Das habe ich nicht gedrückt. Aber man kann ja verschiedene Fliegenköder dann nehmen und... ...oh, das grüßt jetzt. Ja. 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 Das einmal voll tanken kann warten. Ich kann nochmal chillen. Ja, mal schauen, was das dann bringt, das Fischen. Stierforelle, jetzt warte. Alter, ich habe noch gar nichts. Jetzt vielleicht? Ich habe schon viele Spiele gespielt auf der Bessie. Bitte? Ich habe schon viele Spiele gespielt auf der... Ja. Ja, weiß nicht. Ich habe schon viele Spiele gespielt, oder? Ja, weiß nicht. Na, das habe ich nur so... ...piste gespielt, nicht so. Oh, wieder ein Piss. Bei mir passt keiner Raum. Passt du auch immer wieder an? Sonst passt du nicht dran. Du musst auch eine Ausweifung anfangen. Es gibt verschiedene Angeln. Es gibt sicher welche, wo du draußen lassen kannst. Stierforelle. 5,770 LBS. Hm? Ich habe bis jetzt auch noch eine Stierforelle. Ah, du musst das quasi bewegen, damit es... ...interessant wird für die Fische. Genau. Ah, Herausforderung abgeschlossen. Wieder ein Stierforelle. Na gut. Gehen wir dann weiter, oder müssen wir noch ein bisschen fischen? Gut. Ich möchte mal, dass ich drei habe, zumindest. Achso. Nummer zwei. Eine noch mache ich, okay? Ja, passt. Und du siehst, an der Schnur siehst du eh, wenn sie rot wird, dann reißt sie bald. Dann musst du wieder ein bisschen locker lassen. Okay. Du musst den halt manchmal ein bisschen ziehen lassen. Das ist gut gemacht, finde ich. Sehr realistisch bis jetzt. Das mit einem Anschlag habe ich nie gemacht. So, Nummer drei. Wieder Stierforelle. Gibt es ja nur Stierforelle, aber... Ich glaube... Anscheinend. Oder mit anderen Ködern halt was anders. Was für eine Angel hast du denn gekauft eigentlich? Die erste oder die bessere? Ganz normal, die habe ich gefunden, die habe ich nicht noch mal gekauft. Achso. Du hast eine gekauft? Mhm. Und auch ein Mann ist da gestanden. Einmal habe ich dir eh gesagt, wie ich das erste Mal gefischt habe. Gleich. Mach den nur fertig. Ja, ja. Der ist auch noch hart. Ja. Punkt mal. Oh, das ist ja. Regisse. Komm zu, Daddy. Jetzt haben wir viel. Ich habe sechs Federn, Vielfass hat, Puma hat, Alpha hier schaut, hier schaut. Komm, Stierforelle. Was ist du das? Mein Inventar. Ah, da. Gut, wenn du fertig bist. Fünf Stierforellen. Oha. Ich habe jetzt zwei Schlüsseln, sehe ich gerade. Ich auch. Raststätten-Schlüssel, öffne die Bürotür von Loranas Raststätte und öffne die Waschraumtür im Büro vom US-Auto. Gut, ähm, du machst den Linken gleich beim Auto und steigst dann gleich in den Tabak, okay? Und ich halte den Rest auf. Also, ich versuche, den Rest aufzuhalten. Ah, okay, Angel ist jetzt hier weg. Nein. Weiter. Oh, sie sehen mich. Ja, du gehst doch voll drauf. So, Entschuldige, was hast du gesagt nochmal? Du gehst dann gleich zum Twerk, dass den keiner nimmt. Oder wir brauchen gleich den Twerk zu fladern dann. Oder du gehst mal hin und sollten sie dich entdecken, schrei dich an. Okay. Und versuchen das halt ohne Gewaltanwirkung. Ich geh mal zu dem Schild dann nach hinten und versteck mich hinterm Schild ein bisschen. Gut. Oh. Oh, drehe dich nicht um. Bin drinnen. Oh, sie haben mich gesehen. Ich muss fahren. Ja, warte, 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 warte. Nein, lass, warte. Was ist mit mir? Komm, 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 komm. Geht schon. Ich habe die hier eh aufgehalten mit dem Puma da. Oh, okay. Oh, genau das habe ich genau das habe ich befürchtet, nämlich. Ja, du bist doch in die falsche Richtung losgefahren. Ich dachte, du fährst in die andere Richtung, weil ich vielleicht schon wartet. Nein, das Nabi hat mir nach links gezickt. Ja, und was mit mir? Ich fahre im Tanklaster, der in die Höhe geht. Ich dachte, wir fangen gemeinsam. Ach so. Ich dachte, du wartest oder dann komme ich zu dir rüber. Wir müssten eigentlich zu zweit auch das schaffen. Ja, ich wollte ja, dass du zuerst gehst. Sollte irgendwas passieren, dass du schnell einsteckst? Oh, sie haben dich entdeckt. Das ist ja nochmal einer. Okay, passt. Ich glaube, wir werden beschossen. Heißt das vielleicht nicht in die Tagstelle, wo wir einen Schlüssel haben? Ja. Ist die Kasse eigentlich immer wieder voll? Das ist überhaupt kein Caster, oder? Nein, ich habe auch gar nichts gezogen. Die Leute hier haben Angst. Es gibt viele Gerüchte über eine Riesenplantage in Sacred Skies Jugendlager. Felder mit Pflanzen, soweit das Auge reicht und massenhaft Angels, die sie abernten. Ist das ein Sekt noch aus dem Brusten? Es gibt hier? Nichts, oder? Nichts. Und wo geht's hin? Zum Silo? Ich habe da irgendwas markiert. Ich glaube, ich habe ein Silo markiert, ja. Oh, sind wir in einer anderen Region? Ja. Also, wir waren in einer anderen Region. Achso, die Tankstelle war schon in einer anderen Region. Boah, Alter. Na gut. Ich mache mich wieder bereit. Zum Schießen. Jawohl. Ich fahr jetzt mal vorbei. So weit kann ich nicht. Jetzt geht's rein aus. Aber fahren wir so vorbei. Oh, das war jetzt daneben. Das reicht nicht. Ja, mit dem... Die Granaten sind nicht so stark. Was? Oh, oh. Flugzeug. Schnell, Dingsen und... Oh, da ist leider kein... Kein Gewehr drauf. Was für ein Gewehr? Da braucht man jetzt einen LMG zum runterholen. So, was ist das Nächste? Ja, machen wir jetzt. Gute Samariter, machen wir mal weiter. Haupt-Mission. Ja. Hast du's markiert, oder? Ja, das Flugzeug nervt ein bisschen. Ja. Das Flugzeug nervt ein bisschen. Mitfahren? Jetzt schon. Oh, ich bin schon tot fast. Flugzeug? Na, du bist reingefahren. Flugzeug. Eine Geissel, einmal nur mehr. Oh. Keine Geissel mehr. Alle tosten. Oh, ja, alle haben wir noch. Das mit den Könen ist wirklich ein guter Trick, habe ich schon jetzt entdeckt. Was ködern? Ja, dass Tiere herkommen. Hast du welche herstellen können, oder? Natürlich findest du ja. Die Köder. Ja. Wenn du was an Fleisch oder so, so Hort erntest, kriegst du automatisch einen Köder. So. Ah, ich hab nur falsch umgestellt. Ähm, Gegnern. Oh. Hab ich. Entschuldigung. Ich bin mal ein bisschen, was ich hochfinde. Der ist sehr stolz. Ah, okay, das ist zu uns. Was war das? Genau solche Aktionen befeuern den Widerstand. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mal weiter. Das ist aber jetzt nicht schwer, bis auf die Geiseln. Ja, dass du das ist eine Hauptmission, hörst du? Äh, sei voll easy. Cheesy. So, schauen wir gleich mal, was wir als nächstes machen, wenn wir schon mal da sind. Ja, dann gibt es gleich ein Stück weiter das mit den Wasser-Dings. Wasser weg. Ja, da gebe ich es, der auf uns zukommt. Ja, aber dann Wasser weg. Ah, jetzt weiter. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist es zu Wasser? Gleich links drin hin. Ah, schau. Hat er das schon markiert. Seh ich grad. Haken wir unsere Sehnen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputys. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Oh. Du hast die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich in der Schacht angeschlossen und sollen der ungerechtste Schacht angeschlossen und sollen der ungerechtste Schacht angeschlossen und sollen der ungerechtste Schacht ersetzen und mit dir, dass du zu weit weg bist. Ah, das ist nichts. Was hast du jetzt gemacht? Nichts. Alter. Hört vielleicht noch zum Hauptfest. Kann ich warten, oder? Ja. Hört vielleicht noch zum Hauptfest. Ja. Oh, oops. So, das heißt, Teile suchen. Genau. Und da drüben steht ein Anhänger. Warte, ich hab da ein Teil gefunden. Oh, wie kommt man da rauf, Alter? So. Abantale. Wo ist das Tritt? So. Oh, warte, ich hab's gefunden. Wo? 50 Meter irgendwo. Warte. Recht da rauf. Oben? Ich hab nichts gesehen. Oh, ja, da oben sehe ich schon ein paar Windrader. Gut gemacht. Was? Ja, wirst du nicht raufkommen. Dann werden wir den Haken. Ja, wie kann man den einsetzen? Haken? Wenn man den Haken kann. Oh, du hast das echt runtergeschossen? Ja, jetzt kommt man ja nicht rauf. Ah, jetzt müssen wir es anbringen. Wer? Oh, was war das? Entschuldigung. Du bist mal reinglaufen. Ich muss das dann verkaufen, alles was ich habe. Und dann schau ich, wieviel Fisch der bringt, müssen wir dann schauen. Da hat sie einen Waffenhändler gegeben auch. Hey. Zum Verkaufen. Und da ist dritter. Juuu. So. Easy, cheesy. 700er. Bald haben wir es voll. Die Anzeige, gell? Mhm. Die Widerstandspunkte. Wo ist denn diese? Ah, da. Da. Scheiße. Wir wären längst alle tot, wenn wir keine Waffen haben. So. Beuterverkauft. Also hier springt 180. Ja. 300er Alpha hirscht, das ist. Das ist gut. Gut. Schwarz. Hat die 185. Puma 225. Aber, wieso kann man Fisch nicht verkaufen? Das ist eine gute Frage. Ich habe meinen Fisch gar nicht mehr. Wo ist mein Fisch hin? Sind wir gestorben irgendwann? Nein, oder? Oh ja, sind wir. Ja, oh ja. Mit dem LKW. Ja, stimmt. Ah, da verlieren wir das wieder. Vielleicht verliert man da den Fisch. Fisch. Was? Was? wäre, wenn wir die eine Nixen Mission probieren? Nixen? Klatsch Nixen. Genau. Okay. Machen wir schnell Reise oder fahren wir hin? Ah, fahren, oder? Oh. 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 Ah, jetzt habe ich's. Oh. Oha. Oha. Oha, da. schon dann rechts verfolgt unser flugzeug noch ich glaube sie haben uns jetzt am kicker ich habe immer ich gehe für das ziel jetzt haben es jetzt verfolgt das flugzeug wo fasst du mich über ihn das flugzeug leider auch aber das geht schon geworfen ich kann das nicht auslösen das event vom sterben jetzt jetzt so war auch nicht so war mit flugzeug was ich bin über die schanze gesprungen oder haben wir ins wasser gesprungen ich bin über die schanze gesprungen ich dachte dass dort was ist ja du musst eh über die schanze gesprungen aber nicht übers wasser dann war ich nicht schnell genug ich bin erster und der beste frau genau da ist die chance ich bin offen ich bin bin aber anschauen wenn du links fast also mich will er hingestellt links fast bist du nicht auf einer anderen chance über ins wasser springst dann ja leid ich glaube hier werden wir die folge schnell beenden und dann wieder anfangen ok bis dann haut rein tschau tschau und papa tschau Tschau